Ja und damit herzlich willkommen hier auf meinem Kanal MyJulianGames und ich darf euch ein Gewinnspiel ankündigen und zwar das wird einen Monat lang gehen und ich mache das zusammen mit dem Golden Meister bzw. der nennt sich jetzt in Flexen HD um und dem Apfelburschen, ich verlinke euch die beiden Kanäle unten unter dem Video und wir verlosen zusammen einmal diese schöne Optifine Cape plus Terraria könnt ihr auch noch gewinnen und als kleinen Bonus habe ich mir gedacht, lege ich auch noch Medal of Honor oben drauf allerdings nur wenn bei mir mindestens 20 Teilnehmer sind und dann sind wir jetzt auch schon bei den Teilnehmerbedingungen ihr müsst einfach dieses Gewinnspielvideo von mir kommentieren und einfach sagen warum gerade ihr dieses Optifine Cape gewinnen wollt oder halt Terraria gewinnen wollt Medal of Honor müsst ihr euch nicht melden das wird automatisch verlost wenn mindestens 20 Teilnehmer sind und ihr müsst natürlich auch bei mir Abonnent sein ja dann wünsche ich euch schon mal viel Glück im Hintergrund ganz kurz seht ihr eine Runde Rage Mode noch von mir ist zum Schluss ein 18 zu 14 ich habe das aber einfach ein bisschen abgekürzt aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren das ist einfach so ein bisschen im Hintergrund läuft es und dann wünsche ich euch einfach jetzt viel Spaß bei meinen nächsten Videos auch schaut beim Apfelburschen vorbei schaut beim Golden Meister auch vorbei bzw. Flexen HD der Kanal ist noch nicht erstellt aber der wird noch kommen das werden wir allerdings im anderen Video noch erwähnen also dann bis zum nächsten Mal und viel viel Glück nichts Sean 2 2 3 4 k Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020